Ich war an den vier guten Werbeagenturen Deutschlands als Werbetexter tätig. Ich habe Preise gewonnen und habe dann aber den Ausstieg aus dem Werbe geschafft. Ich war da extrem frustriert für meinen Job und bin dann zu einer Karriereberatung gegangen. Weil ich genau aus den ganzen Jobs, für die ich mich gefällt, gezählt habe, aus Studium, aus Arbeitserfahrung, würde mich nicht glücklich machen. Aber bei der Karriereberatung, bei dem Seminar ist es auch ein Problem, dass ich DJ werden sollte. Die Leute, die gehen richtig ab, sie machen mir Komplimente, es kommen ja auch fremde Menschen, kommen auch nicht zu. Ich bin Open Format DJ, das heißt, dass ich nicht unbedingt jetzt eine bestimmte Musikrichtung spiele, sondern kann Sets gehen, immer durch verschiedene Stile. Am 19. Mai wird es an der Kunstbahn in Köln abgeht. Der Kunstbahn in Köln, Papa wird da sein, ist mit Guy. Ich werde da sein, ist der last Guy, ist mit Guy. Ich werde da sein, ist mit Guy.